happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Rock Gamble ich spiele heute mal wieder Mech Arena ich hatte jetzt meinen Hangar wieder ein bisschen umgebaut weil hier ist mal wieder so eine Quest mit die Embergun und mit der Fusion Cannon ja Embergun 10 und Fusion Cannon 10 und ich habe die Fusion Cannon 10 deswegen wollte ich die Quest machen die war in meinen Hangar nicht ausgerüstet deswegen habe ich nochmal meinen Hangar neu gemacht genau und dann würde ich mal sagen wir starten mit Webbewerb also viel Spaß ok schauen wir uns mal die neue Arena hier an so hier ist er mit der Fusion Cannon ich werde probieren jede Runde ihn zu nehmen ganz schön weitläufig die Runde hier ja das war es mit dem ja ach ne es gibt es doch nicht ok nichts gebracht mit ihm dann nehmen wir jetzt hier mein Slingshot was hat denn der jetzt für Waffen weiß ich gar nicht mehr achso Steelbeams hat er kleiner Leck ach ne gut gut und dann nehmen wir jetzt ihn hier mit ihm misreit oh knapp so ein Mist so ein Mist halt 3 3 2 1 kill 5 3 wo mein kill hat gesorgt ok wir schaffen mit ihm wieder dass wir gewonnen haben wir gehen hoch hm das ist ein Schrottplatz hier oder hm das ist ein Schrottplatz hier oder hm das ist ein Schrottplatz hier oder ne kein Schrottplatz ne kein Schrottplatz ach ne nein 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 ach zupi zupi hab ich noch gekriegt hab ich noch gekriegt da war einer ich hab auch nicht nach rechts geschaut so ein Mist dann gehen wir jetzt zu ihm rüber der hat die Disco Launcher der hat die Disco Launcher oh da war eine Rakete wer schießt denn auf mich schießt denn auf mich ok ich hau mal hier ab hm fasches abgibt wir klaufen ne hm 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 2 1 hm 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 hau wir mit den hier an ich brauche nur noch paar Kills ich habe erst einen Kill mit ihnen heute ja gestern kurz vor dem schlafen habe ich mir gedacht komm ich spiele noch eine runde Mech Arena und da habe ich halt gesehen die Quest wenn halt so eine Quest da ist, probiere ich immer schnell, naja was heißt immer schnell, probiere ich es halt zu schaffen Ah, wirst du Ok, ich glaube zwar nicht mit der Ember Gun, aber, äh Ember Gun mit der Fusion Cannon. Kumpel, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich nicht mehr in den Kumpel genommen habe. Nein! Kein Schuss mehr, oah! Schade, 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 das war nicht so gut gewesen. Die zweitmeisten Kills, ok. Oh, der Beste aus meinem Team, der zweite Beste aus dem ganzen Spiel. Gut, kann man mitleben. Weiter geht's und weiter geht's, die zweite Runde. Ich hoffe mal, dass ich jetzt ein paar Kills mehr habe. Ich habe gesehen, ich habe drei Stück geschafft, drei Kills mit ihnen hier. Also jetzt brauche ich noch fünf Kills bis zum nächsten und insgesamt 40 Kills, um die ganze Quest fertig zu machen. Ah, das war's nicht. Das war's nicht. Uhhh! Ups, da, falschen Knopf. Ah, ich schieß nie, alle auf mich. Kaffee ist weit weg. Null Schaden, dann geh ich hier runter. So. Warte, werfen mich schießen? Oh, lecky. Super. auch hier ist sogar unter nein 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 das geht auch so nicht hat könnte doch nicht mit mir machen nachdem soll ich noch gar nicht gespielt werden dann kommen wir mit ihm hier weiter immer und immer wieder scheiß minigun die macht so viel schaden immer ok nimm mal ihn hier wieder, wir haben ja schon alle durchgezockt 2,1,3,2,1 zweite niederlage nicht über eine niederlage sich ärgern sondern sich darüber freuen das war was dazu gelernt hat was für ein dummer spruch auf jeden fall ich habe ihn gehabt habe ich gerade gesehen oder vorletzte schnell weiter bevor es einer sieht okay und die letzte runde kommt die dritte kommt okay wir nehmen wieder ich glaube ich bin gerade nur mit kreis hier drin so gerade glaube ich so aus wo seid ihr da hatte noch ein bisschen leben ach mensch ich bin auch runter damit ich den killen kann und dann ist er gestorben Mist, nur ein Assistent Ha 4 4 5 15 5 6 6 8 7 7 9 9 Doe es! Doe es! Doe es! Oh, noch gekriegt! Zupi! 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 Jetzt laufen wir schnell mal hier rüber. Schneller! Ich dachte ich hätte eigentlich von jeder Waffe mal zwei. Aber ich habe von der Fusion Canon nur einen einzigen. Weil ich heute zwei mix mit der Ausrüstung damit ich ein bisschen schneller den Quest fertig habe. Falls der hier stirbt, kann ich den anderen noch nehmen. Aber... Nichts da! Ich habe nur eine Fusion-Kanone. Eine einzige! Ja. Okay. Gut gemacht, Ghost! Gut gemacht! Ich habe mir nur eine Fusion-Kanone. Wir müssen das alles schlauern. Ich habe die Fusion-Kaneine. Ein kaltes Faktor! Eigentlich verspricht sie eine Fusion-Kanone. aber die ist doch nicht so ganz ausgereift ich kann sie noch ziemlich weit entwickeln noch ein kill bitte ich hoffe zwei goldmedaillen einen sieg habe ich ja jetzt da habe ich nicht alle meine teile sequester schon wieder fertig die meisten kills also schon mal eine goldmedaille 2 jawohl und sieben kills mit ihnen das heißt also ich habe die 15 aufholen ja aber jetzt war das aber 13 20 bis jetzt 20 kids haben glaube ich cool dann noch 30 kills ja dann würde ich mal sagen das ist ein sehr schönes ende für mich damit würde ich jetzt auch aufhören weil ich jetzt wieder aufhören was die letzte aber egal ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr mal nächstes hierbei seid bis zum nächsten mal viel spaß und auf Wiedersehen tschau tschau